Forscher bekommen Nobelpreis, ihr entwickeltes Produkt nützt allen. In diesem Jahr haben drei Forscher aus den USA, Großbritannien und Japan den Nobelpreis für Chemie gewonnen. Sie entwickelten ein Produkt, das einiges möglich macht. Stockholm, der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den in Jena geborenen US-Amerikaner John Godenov, den in Großbritannien geborenen Stanley Wittenham und den Japaner Akira Yoshino für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. Die leichten, wiederaufladbaren und starken Batterien würden in zahlreichen Produkten wie Mobiltelefonen, Laptops und Elektrofahrzeugen eingesetzt. Nobelpreis für Chemie 2019, das können die Batterien. Sie können große Mengen an Solar- und Windenergie speichern und machen so eine Welt frei von fossilen Kraftstoffen möglich, wie es weiter hieß. Der 1922 geborene Godenov sei der älteste Nobelpreisträger überhaupt. Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker ist derzeit mit umgerechnet rund 830 000 Euro, 9 Millionen schwedischen Kronen, dotiert. Die feierliche Übergabe der Preise findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Seit 1901 wurde der Chemie-Nobelpreis an 180 verschiedene Forscher vergeben. Einer von ihnen, der Brite Friederik Sanger, erhielt ihn zweimal. Unter den Preisträgern waren bislang fünf Frauen, etwa Marie Curie 1911, die die radioaktiven Elemente Pellonium und Radium entdeckte und erst im vergangenen Jahr die US-amerikanische Enzymforscherin Frances Arnold. Nobelpreise aus anderen Kategorien, das waren die Gewinner. Am Montag war der Nobelpreis für Medizin Greg Semensa, USA, William Kalin, USA, und Peter Radcliffe, Großbritannien, zuerkannt worden. Sie hatten gezeigt, wie Zellen den Sauerstoffgehalt in ihrer Umgebung wahrnehmen und auf Veränderungen reagieren. Am Dienstag wurde eine Hälfte des Physik-Nobelpreises den Schweizer Astronomen Michael Mayer, 77, und Peter Quillots, 53, zugesprochen. Sie hatten den ersten Explaneten entdeckt, der einen sonnenendlichen Stern umkreist. Die andere Hälfte erhält der kanadisch-amerikanische Kosmologe James Bebless, 84, für grundlegende Erkenntnisse zum Universum. Am Donnerstag folgt die Bekanntgabe der diesjährigen Literatur-Nobelpreisträger. In diesem Jahr werden zwei Autoren geehrt, da der Preis 2018 nach einem Skandal im Jurygremium nicht vergeben worden war. Am Freitag wird der Friedens-Nobelpreisträger benannt. Im vergangenen Jahr hatten neben der Enzymforscherin Frances Arnold auch George Smith ebenfalls USA, und der Brite Gregory Winter den Nobelpreis für Chemie erhalten. Mit der Evolution als Vorbild hatten die Proteinforscher Möglichkeiten für eine umweltfreundlichere Herstellung von Arznei- und Bio-Keraftstoffen geschaffen.